Kühlschrank auf. Neue Eierschachtel rein. Und was machen wir mit den alten hier? Die coolen hier überall rum. Ich habe die Lösung für dich. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere mich kurz für weitere tolle Videos. Neue Eierschachtel gekauft. Zehn Eier sind drin. Und jetzt hier zur Lösung. Du drehst dich einfach um. Vorsichtig aber hier halten, dass sie nicht auseinander unten rausfallen. Gut verschließen. Rein stellen. Und hier sind die Löcher. Jetzt pass mal auf. Die kannst du wunderbar die übrigen Eier, sprich die alten, so aufbewahren im Kühlschrank. Und die coolen nicht weg. Ist das nicht mal genial? Einfach toll. So kannst auch du jetzt in Zukunft deine Eier schön verstauen und die coolen nicht weg. Und wenn alle weg sind, drehst du den Pack vorsichtig um und kannst schön die neue verwenden. Ist das nicht genial?